Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer Runde LOL mit dem Mörser. Servus. Und der Cuffs begleitet uns immer noch. So, was kauf ich mir mal? Nidalle. Nidalle. So heißt der eigentlich Cuffs? Weiß man nicht. Von Handcuffs, weil er so ein Gangster ist. Vielleicht. Weil er immer husten muss. Und jetzt wer aber Kauf. Das ist C-O-U-G-H. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Weil er immer Gangster ist und immer hustet. Und dann die Gangster schreibweise. So, auf jeden Fall. Jetzt wird's hier los. Guck mal, der sagt direkt Fight Early. Okay, dann machen wir das mal. Machen wir ja sonst nie. Ja, eben. Jawoll. Guck mal. Wie mal auf so Tinge gehen. Wie geil. Spam, Spam, Spam. Spam, Spam. Spam. Spam, Spam. Spam. Spam, Spam. Spam. Spam, Spam. Spammy, Spammy. Oh, was? Spammy, Spammy, Spammy. Oh, was ist das nicht getroffen? Der aber. Oh, oh. Machen die den da? Ja, der raucht zu viel schlechten Shit durch die Bananenbong. Ah, okay. Wie heißt der so? Ja, ja, hab ich gesehen gerade. Bananenbong. So, Heimer. Ich konzentriere mich auf Heimer. Ich will den Tod haben. Oder Katharina, ne? Ist auch gut. Oh, oh. Ach ja, die haben Goalkeeper Blitzcrank. Der ist auch cool, ne? Den hätte ich auch gerne. Klatsch. Aua, aua. Sehr defensiv. Ich muss ihn mal hochreilen an den Minions. Jawohl, noch getroffen. Ich komm hier auch nicht mehr rausflashen, ne? Ne, ne. Scheiße. Oh Mann. We shouldn't push versus Blitz. Macht irgendwo Sinn, ne? Ja, man kann's machen, wenn man sich gut, äh, hinstellt. Yeah. Schreibt der Bananenbong. Yeah. Yeah. Yeah, you're right, man. Yeah, I appreciate what you say, man. Oh, wat? Nicht getroffen? Oh, oh. Oh, oh. Das sind, ich, die, äh. Ach. Stehen auch gut, einfach. So, also, was heißt gut? Die stehen schlecht, sodass sie sich auch gut grabben lassen können. Ja. Pass auf, du warst jetzt von oben. Oh, ne, gut, er ist da. Ne, ne, ich stehe immer hinter Minions, immer. Oh Mann. Ach, konnte ich vorher sterben, der Minion? Jawoll. Ach, alter. Ich brauche jetzt ein paar Minion Kills. Ja. Weil dann, damit ich, weil wir kriegen jetzt kaum Kills, auch falls ich sterbe, dass ich mir so ein paar tankige Items kaufen kann. Weil dann wird der Warwick nämlich extrem nervig. Ja. So, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Mana hier. I need Mana. And I need more Mana. Mana. Mana, genau. Die männliche Version von Mana. 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 Und die deutsche Version von Mana, ne? Eben. Altdeutsche, aber. Oh, schade. Oh, oh, Kavs. Oh, oh. Boah. Ich habe jetzt so ewig, aber auch Nidalee nicht gehabt, einfach, ne? Oh Mann. Ja, das sind halt, wie gesagt, das Blitzfair macht sehr, sehr viel aus in den Arams, ne? Wenn ein Pull nimmt, dann ist, normalerweise ist er down und dann eben zu machen. Wenn es nicht jetzt drei Kills, also drei Deaths, die wir haben, dann ist alles machbar. Ähm, ist alles machbar, sag's halt. Alles, äh, alles ist der Blitzfair gelesen, so. Oh, gut. So, jetzt habe ich auch schon mal eine Ulti. Ready. Das ist auch ganz gut. Oh, oh, oh. Dann treffe ich keinen, weißt du? Ach, und werden noch getötet, alter. Oh, 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 oh. Das sieht schlecht aus. Aber. Alles noch gut? Ja, wir machen die voll easy, lockerer easy. Machen wir die noch, pass auf. Gleich platzt der Knoten wieder und dann. Kommt immer. BAM, 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 BAM. Das ist so, so kaufe ich mich. Genau. Jawoll. Oh, oh. Boah. Insta-Tot da drin, ey. Ach, Katharina-Ulti das? Ja, auch. Oh, nein. No. Au, 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 au. Das war jetzt bitter. Ja, Blizzclash stellt sich natürlich gut hin. Jawoll. Astral, that's so nice. Jawoll. Schön. Oh, schade. Wir sind sehr long. Oh, man, aber die Speere treffen. Leider nicht so gut wie gehofft. Na, das kann man gar nicht viel machen, ey. Erstmal könnte schießen, bisschen, aber... Jawoll, Blizzclash noch mal getroffen. Ach, will ein Minion schon da wirklich wieder drin, oder was? Das ist schön, aber gut. Ach. Okay, tot. Ich wüte hier voll rum an dem Tower, ey. Ja. Der ist gut von den beiden gewesen, dass die vorne da so Druck machen. Ja. Dann kommen wir schöner den Ruhe machen, ihr, ne? Klatsch, den hat er hängen. Ach, okay. Hat der mich totgeschlagen, oder was? Jo. Oh, lol. Äh, 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 äh. Noch keine Magic-Resi auf der anderen Seite. Enemy Double Kill. Ah, keine Mana mehr. Scheiße. Oh, Mann. Warum mehr Mana? Jetzt hätte der Blitzcrank nicht gerochen, ey. Oh. Jawoll, gut. Katharina noch geholt. Alter, wie viel... Wo habe ich denn jetzt schon wieder Damage herbekommen? Jawoll. Ach, Mann, weißt du, da kommt's natürlich noch angeschrubbt, da. Mann, 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 Mann. Aber egal. Boah, 0,5. Ja, 10, 15 halt, ne? Das waren die ersten... Die ersten Anfänge, die wir da ein bisschen verkackt haben, aber... Ja, aber jetzt, jetzt geht's langsam, jetzt nimmt's ne gute Richtung. Also, das fühlt sich hier grad sowas von richtig an, der Michael, ach. Ja. Auch meine Kartenlegerin hat gesagt, das fühlt sich richtig an. Ja. Und das ist mir immer sehr viel wert, wenn die sowas auch sagt, weißt du. Ja. Weil die hat ja Ahnung und so vom Leben, weißt du. Ja, die Taukarten gelegt, genau. Eben. Hat ja auch die Winds hier in der Show of Legends. Eben, die hat's ja auch vorausgesagt. Und hier eigentlich ja auch. Aber das setzt dann auch natürlich irgendwie unter Druck, ne? Irgendwie schon. Oh, Mann. Ja, komm weg da, ey. Das ist nicht gut. Oh, das hat da keiner von... Gut ist... Ja. Das hat auch von meinen Sperren keiner mal trifft, ey. Die weichen echt gut aus. Muss man den lassen. Oh, oh. Ich heil dich noch mal. Ja, aber Zenke gut. Zenke gut. Oh, was hab ich denn getroffen? Irgendwas hab ich getroffen noch, aber... Oh, oh, tot. Ich geh grad immer so YOLO rein, ne? Ja, Halmer macht ganz gut Schaden und Katarina auch. Ich muss erst mal wieder drauf klarkommen, auf hier die ganzen Angriffe, die Nidalee hat, ey. Hat die echt super lange nicht gespielt. Auch nie, wenn ich mal offscreen gezockt hab. Irgendwie hab ich die mal bekommen. Richtig schlimm. Dafür schon 2000 Mal Jekareme gefühlt, ey. Boah, der Warwick ist auch bei mir super lange her. Und ich hab den eh, weiß ich, vielleicht, hab so viele Spiele, ich hab den vielleicht insgesamt 10 Mal gespielt oder so seitdem, ey. Okay. Oder 15 Mal, weiß ich nicht, ey. Wussten der Gegner nicht. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh. Dachte ich mir noch. Oh, nicht getroffen. Da kommt sie. Oh Mann! Oh Mann, trifft er mal. Ach. So, 10 Sekunden hab ich meine Ulti, dann... Aber ich weiß nicht auf wen. Hm, nym, 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 nym. Heimer macht auch einen ganz guten Job da, ey. Boah. Oh. Komm her. Da hast du noch ein bisschen Health. Hier hast du noch ein bisschen. Ja. Ich hab mich dann auch mal ein bisschen hoch, wieder selber. Und dann passt das. Oh oh. Ach Mann, da kommt's natürlich hinten rein. Aber gut, dafür sterben sie beide zumindest. Oh, Kat... Oh. Oh, oh, oh. Komm, jetzt musst du sterben. Die Katharina. Oh, schade. Ich hab gedacht, das reicht. Mhm. Die Ezreal-Ulti. Ätzend. Jetzt gleich ist Akali und Wayne wieder da. Ja, ja, das ist noch eine alte Nummer, ey. Ja, ich find auch immer echt, Katharina und, ähm, und Akali zusammen ist auch immer so ein krasser Doppelpack hier so noch. Ja, die können nämlich beide, ähm, die sind Assassinen quasi, ne? Ja, ja. Aber Blitz reißt jetzt nicht mehr so viel bei denen, ne? Hol halt her, herz doch. Na doch, da hat er wieder was gerissen, der Blitz. Fuck, ey. Immer geflasht, aber... Mein Gott, immer Akali auf mich sofort. Das nervt so einfach. Oh, oh, oh. Ja, klar, da bist du sofort down, Mann. Äh... Oh, oh. Oh, oh. Scheiße, ey. Das... Das war heftig jetzt. Ach. Oh, nicht mehr getroffen, oder was? So. Die sind schon mal weg. Oh, die sind schon mal weg. Aber bis wir vorne sind, sind die auch wieder da, deswegen, mhm. Ja, leider, ey. Ach, stand der Turret noch im Weg da, oder was? Geh nicht da rein in die Tower, so weit, ey. Ah, hat sie gut gemacht. Ach. Da können wir uns auch keinen Sieg von kaufen, ja? Von hat sie gut gemacht. Ja, können jetzt auch nichts mehr machen für ihn, ey. Jawoll. Da ist auch ein bisschen Rüstung noch. Aber töte sie da doch noch, Tech. Danke, ey. Wenn die schon immer sofort auf mich drauf geht, dann muss die auch mal schneller sterben, ey. Ich brauch Abklingzeit. Schauen wir doch mal, was hier so jetzt geht. Neun Kills hinten, aber gut, das heißt ja nüchst. Ne. Zumindest bei uns nix. Ja. Da wir nämlich immer gewinnen. Eben, wir gewinnen nämlich jedes Mal. Auch diesmal wieder. Wir sind immer sehr hoch motiviert. Ja. Oh, okay. Ich hab grad gar nicht gecheckt. Oh, 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 oh. Ach, der Schalkack-Tower hier, wenn er weißte. Jawoll. Hä? Ach, der ist unsichtbar. Oh. Was, wer ist unsichtbar? Ach, lol. Na, nicht alle, das heißt einer. Ja. Oh, oh, oh. Jawoll, Heimer getroffen. Oh, oh. Boah. Dad hat mir jetzt über den Arsch gerettet, ey. Ich gehe jetzt auf, äh, die Dingsbums hier. Auf Blitz? Ja. Danke. Und ich gehe auf, äh, Akali. Scheiße. Scheiße. Gute Scham ausgeballert, auf einmal. Oh, 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 oh. Aber gut. Wann hat der zweite Turm noch? Okay, ist das fast voll von denen? Ah, hat es gut gemacht. Aber davon können wir uns nicht kaufen? Ja eben! Ja gut, davon können wir uns was kaufen. Und Heimer ist jetzt auch dauernd. Noch ein Speer jetzt, komm. Bam, genau. Hehehehe. Da lacht er. Ja genau, nimm mal das Health, ey. Da hat er was zu lachen. Ah, ich brauch ein bisschen, ich weiß nicht, was ich brauche hier. E-Resistenz. Klatschner hat sie hängen gehabt. Schade. Ja, Health wegnehmen. Ich nehm das. Boah. Wie viel Schaden das aber auch macht, ne? Vom Technotis, ne? Ja. Ja. Ja, heftig, weil er geht voll auf HP. Klatsch, den kriegt er auch noch. Oh, oh. Boah. Glück gehabt, ey. Okay. So, erstmal den Tower niederzergen hier, ey. Mhm. Jawoll, so ist das gut. Tja. Ma, weißt du, er schafft sie das wirklich noch so eben, mich zu kriegen. Aber gut, ich mein, das bringt dem fürs Teamplay auch gar nichts, ne? Ne. Ist nur ein Kill für ihn, so. Ja, genau. Er war auch einfach gierig. Ja. Na. Na gut. Oh, 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 oh. Ja, hat Schawanna sehr gut gemacht. Die da so wegzukicken, als die Ulti da geballert hat. Jetzt geht der auch noch down. Jetzt ist der auch noch down. Hat Kaff sehr gut gemacht. Wir spielen nicht schlecht. Ja. Ja, ich find schon. Das war doch ein perfektes Playground. Ja, ich hab das nicht gesehen, leider. Ich war grad shoppen. Achso. Leider nicht. Dööööööööööööööööööööööööööy. Schade. So, dann kaufe ich mir nochmal einen Heiltrank. Das ist für die Lords. Jawohl, getroffen. Jawohl, sieh auch nochmal. Sieh auch nochmal. Ja, das war gut jetzt. Hab ich schön getroffen, ein paar Mal. Ja, ihr sollt schön von meinem Speer wegrennen. Mhm. So, ja gut, Schaden machen ist schon. Ist ja relativ ausgedichten. Wir haben ja sogar mehr Kills als wir. Aber, aber, na, aber wir machen es. Aber wir machen es natürlich, ja klar. Ich wollte das nur nochmal ein bisschen so den Status hier kommentieren. Oh. So, dann ist es kaputt. Meine Falle hier mitten rein ist auch immer schön so. Der wollte mich. Oh. So, dann ist schon mal weg. Diese Bitch ist weg. Jawohl, Heimer getroffen. Ich pushe die Wave hier nebenher, aber ich kann die nicht rein. Ach Mann, seine Riesenkanone ist da im Weg, ey. Ja, seine Riesenkanone. Ja, seine Riesenkanone. Jawohl, Heimer tot. Die krieg ich auch noch einen. Auch noch tot. Jetzt, jetzt, jetzt reiben wir sie auf. Also, nein, sterbe. Blitzcrank kommt jetzt wieder. Ja, das ist GG. Treib mal GG easy. GG easy. Nee. Nein, Quatsch. Macht man nicht. Nee, das macht man auch nicht. So. Soll einfach hier mit drauf gehen. Dann ist das Ende nämlich hier das Spiel. Ja, okay. GG. Äh. W-w-w-w-w-w. Und wie versprochen ist es natürlich auch wieder ein Win. Ja. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr gelangweilt. Eben. Von unserer epischen Win-Serie. Ja. Aber gut. Bis zum nächsten Win. Haut rein. Tschüss. Ciao.